Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Was ihr da gerade gesehen habt, diese Farben, das sind sogenannte Hacker und die sind überall in ganz Monaten Warford 2. Und wir möchten diese Leute heute mal an den Pranger stellen. So, Liste auf und das sind die ganzen Leute, schaut sie euch an. Das sind die ganzen Booster, Hacker und so weiter, sind alle hier drin. So, die Farben sind zwar weg, aber ich denke mal, die werden gleich wieder da sein. Da haben wir sie schon. Und da seht ihr das? Das ist absolutes Hacking hier mit Prestige11. Wobei, das geht ja gar nicht so hoch, aber das ist natürlich so eine Sache, die regt natürlich auch Kielerjunge94 auf. Das ist auch so ein Let's Player. Und ja, mich natürlich absolut auch. So, ich mache nochmal hier die Liste auf. Wer ist das eigentlich hier, der die ganze Zeit hackt? Ja, eindeutend dieser FC Bayern Typ. FC Bayern JL. Lasst euch doch einfach eure Meinung zu FC Bayern JL aus. Und ich bitte auch das Sony Network, dass ihr diesen Person blockiert, für immer und ewig. So, auf jeden Fall spielen wir jetzt hier Modern Wuffer 2. Dingsbums suchen und zerstören auf der wunderbaren Map Karachi. So, ich habe hier auch schon mein wunderbares M4 eingepackt. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, wo sich die ganzen Hacker befinden. Die müssen auch irgendwo sein und die kommen auch gleich irgendwo rausgesprungen aus ihrem blöden Hackerloch. Ja, das war eine kleine Hacker-Video. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Ne, warte, warte, warte. Wir machen noch eine Runde. Und ihr seht schon, die Farben kommen schon wieder. Hier, der FC Bayern JL macht natürlich hier einen auf Hardcore, einen auf dicke Hose. Das muss er aber gar nicht machen, weil er hat immer noch kleine Eier. Die muss man immer noch mit der Lupe suchen. Und das ist natürlich eine Sache, ja. Das ist einfach erbärmlich hier. Schaut euch das an hier, das nervt mich. Aber schön sieht es eigentlich schon aus hier so. Schön bunt. Mach doch noch ein bisschen Rot rein. Ne, Spaß jetzt. Also, das ist schlimm genug jetzt hier. So, ich finde ja gar nicht hier. Oah, Mann, Mann, Mann. Ja, das war es dann eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Ciao, bis zum nächsten Mal.